Ja, das Ding ist, ich würde dich halt schon gerne mal richtig... Okay, wir setzen uns zusammen, dann nehmen wir diesen Rift-Zone aus und dann mache ich Backstab in deinen Rücken. Sie ist ganz gut und sie ist sehr akkurat und kann schon sehr gut kochen. Das ist das Wichtigste. Jo, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Leute. Heute waren wir mal wieder auf OmeTV unterwegs und haben viel geile Sachen erlebt. Also würde es mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und das ganze Video bis zum Ende schaut. Lohnt sich auf jeden Fall. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann lasst auf jeden Fall gerne auch ein Abo auf diesen Kanal da. Auf jeden Fall will ich gar nicht groß drum rum labern. Ich wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem Video. Kann ich mal was über dich erzählen in meinem Chat? Okay, komm, erzähl dein Chat das über mich. Okay, Chat, ihr seht jetzt diesen Typen, der ist auf meinem Discord. Das ist ein aktiver Supporter, Kapi. Haare zwar nicht gemacht, sitzt viel vor dem PC, sein Oberlippenbart hätte schon lange mal wegrasiert sein können. So, ihr seht den Typen, ne? Dieser Typ, ne, der klärt sich mehr Weiber als alles andere hier auf dieser Scheißwelt. Deine Snap-Mail will ich jetzt sehen. Was? Digga, was geht denn bei dir falsch? Wir haben übrigens diesen Typ gefunden, der vorher mit dir gesprochen hat. Wir haben seinen Snap. Wie, wie, so, hört ihr so viel Musik oder feiert ihr so Musik? Ja. Benutzt ihr Spotify? Ja. Ja, aber warum kenne ich euch nicht? Ja, gute Frage. Weil ich gucke immer bei Hot The Singles und da seid ihr irgendwie nicht drin. Oh mein Gott. Ah, das ist gerade ein bisschen, ja? Kann ich mal lösen? Ne, aber du? Nein, ich weiß, ich weiß. Hä? Achso, ja, okay, der ist immer ein bisschen verdreht. So? Ja. Nimmst du den? Was ist das? Was ist das? Was? Ich weiß, was ich immer bei YouTubern mache. Das hier, das ist mein Instagram. Cologne Supercard? Lover, genau, danke schön, mach mal Werbung, ja? Okay, wenn ich dich hier mit in mein Video reinnehmen kann, dann machen wir das. Ich wollte irgendeinen lustigen Spruch bringen, weil, ich warte, ich muss jetzt kurz jemanden anrufen. Tschüss. Ja? Ich habe eine ganz wichtige Sache an dich. Aber wie ging dieser Spruch nochmal mit dem Skifahren? Ja, so, ich habe gerade was mit meinem Manager besprochen, der wollte noch wichtige Daten von mir, so, willst du? Fährst du echt gerne Ski? Ja, Snowboard, wieso? Achso, weil wegen deiner Brille habe ich gedacht. Ja, das Ding ist, ich würde dich halt schon gerne mal richtig... Was lachst du? Beim Skifahren überholen? Alter. Hey, Leute, dass wir uns jetzt hier nach unserem Tinder-Date endlich mal treffen. Finde ich krass. Wie geht's denn? Wie fandest du's eigentlich? Wir haben gar nicht drüber gesprochen. Wie fandest du's eigentlich? Ja, ich fand's halt ein bisschen bitchy von dir, dass du direkt beim ersten Treffen so mehr haben wolltest, so, aber... Tut mir halt ein bisschen leid, dass ich dich dann so abgestoßen habe, weil du warst nur eine von vielen. Du, das höre ich öfter. Ach, danke, du trinkst zuckerfreien Red Bull. Du auch? Hä, übelgeil. Beste Red Bull. Zweites Tinder-Date. Vielleicht überleben wir uns das mit dem Comeback. Und dann auch gerne mein Bad. Hallo, wie alt warst du doch mal? Doch, so gut, so hässlicher. Hallo. Moin, moin. Geht's dir gut? Wirst du Papa-Platte? Nee. Aber hässlich. Was wollt ihr? Wir stellen jetzt ein paar Fragen. Gott, nein. Du hast jetzt die Wahl. Du... Ich pick eine Ziege und niemand weiß es, okay? Oder jeder denkt... Also wirklich jeder, den du kennst. Jeder, der dich kennt, denkt, du hast eine Ziege gespickt, aber du hast es nicht. Bin ich dir ehrlich? Würde ich nehmen, dass jeder denkt, dass ich so eine Ziege gebumst habe, als wenn... Deine Kinder. Weil... Würdest du gerne so eine Ziege? Nein. Aber das soll niemand denken. Chat, was würdet ihr sagen? Eins ist, ihr müsstet das Tier... Ne? Und zwei ist, die Leute denken das über euch. Zwei, 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 eins, zwei, zwei, zwei... Zwei... Zwei, zwei, zwei... Alter, sind wir zwei? Ähm... Jungs... Äh... Also... Ich schreie... Also, ich seh hier nur zwei. Ich glaub, ihr seid somit die einzigen, die das Ding... Also... Du musst dir eigentlich... Überleg doch mal, allein schon die Freunde deiner Kinder. Die denken alle, okay... Deren Vater ist der Ziegenskicker. Ah, okay. Ich seh das grad aus dem neuen Blickwinkel. Das wär natürlich auch ne Chance für mich, endlich mal jemanden gebumst zu haben. Wie bist du so in Mathe? Ich bin nicht gut in Mathe. Aber so einfache Rechnung kannst du bestimmt, oder? Ja. Okay, pass auf. Ich hab eine einfache. Einmal... Deine Telefonnummer ist gleich... Der ist gut. Der ist gut. Wie, der ist gut? Was ist gut daran? Ja, der Spruch ist gut. Jetzt hättest du eigentlich... Lenk jetzt nicht ab, sag jetzt das Ergebnis. Hey, Konkurrenz. Was geht? Wie Konkurrenz? Wir sind Konkurrenten, Bruder. Junge, du sagst du mir Konkurrent? Aber für mich bist du eine kleine Ameise. Kleine Pisse. Ich werd dich anzeigen. Ab jetzt ist Strafe, um mit TV-Videos zu machen. Solange ich welche mache, machst du keine mehr. Ich hab schon Premiere online für morgen 16 Uhr. Du hast Ommelverbot jetzt. Pass auf, du bekommst Berlinverbot, mein Freund. Okay, warte, was sagst du? Können wir zusammen einfach diesen Rift-Zone ausschalten? Was für ein Rift? So dieser andere Typ, der Ommel macht. Okay, wir setzen uns zusammen. Dann nehmen wir diesen Rift-Zone aus. Und dann mach ich Backstab in deinen Rücken. Wäre lustig, wenn deine Mutter da gewesen wäre. Hätte ich den Spruch bringen können. Hey, ich bin ja zukünftiger Schwiegersohn. Ja, hol die mal. Wir holen jetzt meine Mama. Okay. Oh Gott. Hi. Hi, also ihre Tochter meinte gerade, dass sie mich heiraten will. Wollte ich nur erwähnen. Ich weiß auch nicht, irgendwas hat sie falsch gemacht. Irgendwas, sie erzählt wirres Zeug. Vielleicht hat sie irgendwelche Medikamente genommen. Aber sie meinte, ich soll mich vorstellen, dass ich ihr zukünftiger Schwiegersohn sein wäre. Sie ist ganz klug. Und sie ist sehr akkurat und kann schon sehr gut kochen. Das ist das Wichtigste. Kann sie auch putzen? Alles, sie kann alles. Möchtest du mich nicht heiraten? Nein. Nimmst du gerade aus? Nee, noch nicht. Schade. Ich wollte gerade ich loslegen. Kannst du es so mittendrin anmachen? Nee. Weißt du, wie aufgeregt ich gerade bin, weil ich dich getroffen habe? Ich auch. Nein, ich feiere dich. Und du röstest und du kennst bestimmt einen anderen YouTuber, der immer Ome-Videos macht. Den habe ich auch schon ein paar Mal getroffen. Aber den feierst du nicht, oder? Nein. Gut so. Nein, der, 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 der skippt mich immer direkt. Nur weil ich gerade mal ein Gespräch anfange. Jetzt bist du in meinem Video. Nicht gestellt. Das war real. No front. No front. Hast du das mal gesehen mit diesen, wo so Jungs so irgendwie über Wichsen reden und dann tun die immer Seife nehmen, um das darzustellen? Pass auf, es ist keine Seife, die diese Männer da benutzen, sondern das ist extra Creme dafür, zum Wichsen. Und jetzt, pass auf, das benutzen eigentlich nur die, die beschnitten sind, weil bei denen flutscht das nicht so, weißt du, was ich meine? Ahhhh. Ja, Leute, die nicht beschnitten sind, nehmen am besten irgendeine Gleitcreme, die einfach immer in so einer Tube ist, dass sie nicht... Sonnenblumen, Öl, Butter geht auch, alles eigentlich. Ja, ich glaube aber, das ist nicht so nice, oder? Machst du Musik? Ja. Traum, aber ist raus. Ja, also wenn dir's gefällt, ne, also... Ja, Leute, checkt Johnny Mosh bitte ab, ich sag's, wie's ist. Ey, ich weiß nicht, was ich gesagt habe, weiß ich noch was. Ich denke nach, viel zu viel jeden Tag, komm nicht klar, viel zu viele Drugs, Sorgen werden blass, Sorgen werden blass. Ich denke nach, viel zu viel jeden Tag, komm nicht klar, viel zu viele Drugs.